Kannst du dir mal wieder nicht ausdenken, die Turbine, die so dringend benötigt wird in Russland für die Nord Stream 1 Pipeline, die laut dem Wirtschaftsminister Habig bereits seit dem 18. Juli in Deutschland ist. Ja, ratet mal, wo die ist. Die ist immer noch in Deutschland, in Mülheim an der Ruhr. Erst will Kanada sie nicht herausrücken, dann will die Ukraine verhindern, dass Kanada die Turbine nicht herausschickt, weil man aufgrund der westlichen Sanktionen das eben nicht machen darf. Und jetzt? Jetzt schaltet sich sogar Bundeskanzler Scholz ein und fährt heute nach Mülheim an der Ruhr, um vor Ort die Lage zu klären. Es wird noch alles gut, Leute. Im Interview mit der kanadischen Zeitung The Globe and Mail verteidigte Scholz die Lieferung, die wegen der Umgehung von Sanktionen umstritten ist. Mit der Lieferung der Turbine haben wir Putins Bluff aufliegen lassen, sagte er. Er kann diesen Vorwand nicht mehr verwenden und keine technischen Gründe mehr für ausbleibende Gaslieferungen ins Feld führen. Seit Juni hat Russland die Gaslieferungen über Nord Stream 1 zurückgefahren. Der Energiekonzern Gazprom begründete dies mit der fehlenden Turbine. Nach Angaben des russischen Energiekonzerns Gazprom ist sie wichtig, um den nötigen Druck zum Durchpumpen des Gases aufzubauen. Gazprom hatte seine Vertragspartner Siemens Energy wiederholt vorgeworfen, nicht die nötigen Dokumente und Informationen zur Reparatur der Maschine übermittelt zu haben. Siemens Energy hatte die Vorwürfe von Gazprom zurückgewiesen. Seit über zwei Wochen ist diese Turbine nun in Deutschland. Und obwohl sie anscheinend so wichtig ist und deshalb die Gaszufuhr um bis zu 80% gedrosselt wurde, aktuell bekommen wir nur noch 20% von Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland, scheint es nicht voranzugehen. Und ich frage mich dann schon, woran liegt das? Die einen sagen, Russland ist schuld, die anderen sagen, Deutschland ist schuld. Aber irgendwie drehen wir uns im Kreis oder etwa nicht. Und wenn es dann mal wirklich soweit sein sollte, dass diese Turbine endlich mal nach Russland ausgeliefert wird, kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Flug noch mehr Medienpräsenz bekommt, als der Flug von Nancy Pelosi nach Taiwan, als eine Flugradar-Homepage praktisch gesprengt wurde mit Rekordaufrufen. Schauen wir mal.